Ich bin Dalila Abdallah, 28 Jahre aus Berlin, Hauptstadt. Ich bin Berufsschauspielerin und Kabarettistin. Ich spiele am Gripstheater, aber habe ein Duo, das nennt sich Sauerkraut und Kochbananen. Ich bin am Darmkrebs erkrankt, Anfang dieses Jahres, diesem Jahres. Und habe dann in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, in der ich das Gefühl hatte, dass es nicht mehr weitergeht, eine Reha beantragt. Das ging dann relativ schnell. Innerhalb von zehn Tagen war ich in Tannheim, Downtown, die Nachsorgeklinik. Und dort ging es erstmal bergauf, mich sehr viel besser gefühlt. Und dann kam das Soundprojekt, das war ziemlich am Ende der Reha, in der Live Notes ihr komplettes Studio dort eingerichtet haben. Und mit uns gearbeitet haben, wie man mit Musikern arbeitet. Das war für mich auch das erste Mal. Und es war sehr, sehr spannend. Total viel Spaß gemacht. Wir haben da mit der Jungen Reha, November 2011, im Prinzip haben wir gemeinschaftlich gearbeitet, gemeinschaftlich brainstormt, worüber wir schreiben wollen, in welche Richtung das Lied gehen soll, musikalisch. Und natürlich auch am Text gemeinsam gefeilt. Die beiden Musiker, professionelle Musiker, die haben uns auch sehr gut unter ihr Arme greifen können. Wir haben eine Melodie entwickelt und so sind wir auf dem Titel Schreidig Freigekommen. Ich bin in London geboren, bin dort zur ersten und zweiten Klasse gegangen und dann mit meiner Familie nach Frankfurt am Main gezogen. Meine Mutter kommt aus Kuba, mein Vater aus Trinidad und Tobago. Und ja, ich singe eigentlich schon immer. Meine komplette Familie singt schon immer. Und ich wollte dann was anderes machen. Ich wollte speziell sein und bin dann zur Schauspielerei gegangen. Ich wollte eigentlich Model werden, aber habe dann zugenommen. Und dann ging es nicht mehr. Im Prinzip war es, ich bin mit Musik aufgewachsen. Mein Vater ist sogar, auch mein Vater, mein leiblicher Vater, ist Künstler. Der hat gemalt und hat in Hamburg seine Ausbildung gemacht. Und die Eltern meiner Mutter sind als Musiker nach Europa ausgewandert, um dort zu touren. Wir haben ganz legal aus Kuba sich ein Ausreisevisum genehmigen lassen und sind dann durch Europa getourt. Und so sind wir eben immer mit Musik aufgewachsen, immer mit Musik von Musik umgeben gewesen. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, hat meine Mutter mich auf den Rücken geschnallt und ist mit mir auf diese Hippie-Festivals gegangen. Und ich habe als Baby schon neben dem Lautsprecher gestanden oder auf der Bühne sogar gestanden, um einfach nur das Kind auf der Bühne zu sein. Das Projekt mit Live Notes, das in Tannheim entstanden ist, war im Prinzip ein Zufallsprojekt. Also Schrei dich frei ist kein Lied, in dem nur Musiker teilgenommen haben. Und generell ist das Projekt, das Live Notes regelmäßig in Tannheim macht, nicht nur in Tannheim macht, nicht ein Projekt, was Musiker anspricht, sondern eben Menschen in besonderen Lebenssituationen mit Krankheiten und die die Möglichkeit bekommen, sich durch Musik auszudrücken. Leute, die wahrscheinlich sehr wenig mit Musik zu tun haben, zumindest auf diese Art und Weise sehr wenig mit Musik zu tun haben. Und das war eben ein absolutes Zufallprodukt, dass ich da zu dem Zeitpunkt da war, auch in der Reha, in der es angeboten wurde. Und wir haben echt alle super gut zusammengearbeitet, es hat super viel Spaß gemacht. Die Mädels haben richtig gut gearbeitet, sie haben einen schönen Chor eingesungen, da sind auch zwei Jungs dabei gewesen. Und es war eine sehr kleine, sehr intime Gruppe und deswegen ist da die Möglichkeit gewesen, sich wirklich mal in sich zu gehen. Und es war eine sehr, sehr therapeutische Arbeit, ich glaube für alle Beteiligten. Und was am Ende dabei entstanden ist, war total witzig, weil alle, selbst die, die nie was mit Musik zu tun hatten und die auch glaubten, dass sie total untalentiert sind, am Ende ganz stolz auf dieses Projekt waren. Ich habe jetzt vor Anfang 2012 mit meinem Projekt Sauerkraut und Kochbananen wieder anzufangen, zu touren, so viel wie möglich zu schreiben und ich habe jetzt natürlich auch gut geleckt, was die Musik angeht. Ich habe sehr viele Lieder geschrieben aus einer sehr traurigen Situation heraus, aus meiner Krankheit heraus und ich würde jetzt gerne daraus irgendwie, daraus ist wieder eine neue Emotion entstanden, in der man sozusagen so eine Aufbruchsstimmung und in der ich jetzt wieder neue Ideen habe zum Schreiben. Das Schreiben liegt mir auch offensichtlich, weil ich ja mein eigenes Stück geschrieben habe, aber fürs Liederschreiben ist das nochmal was anderes als Theaterschreiben und das liegt mir auch, glaube ich, das macht jedenfalls Spaß und ich glaube, mit dem Projekt ist das jetzt irgendwie so angestoßen worden und ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung weitergeht und ich kann an alle, die sich in der Situation befinden, die schwierig ist, nur sagen, versuch das mal, ich glaube, das kann funktionieren, so als Verarbeitungsmaßnahme, mir hat das ja auch.